ok funktioniert ja hallo liebe gartenfreunde ich mache einfach mal ein video war jetzt nicht geplant ich habe jetzt vor tomatenpflanzen in so ein hydroponisches system reinzustecken und ich nehme aus dem grund nur einen kurzen tower weil die wachsen ja nach oben ich mache das dann noch irgendwie fest also man braucht einen festen standort und dann habe ich ja den vergleich ich habe ja hier unten genau ich habe ja hier unten ich gehe mal ein wenig tiefer tomatenpflanzen die kommen ja auch rein und dann habe ich auch die gleiche sorte und somit will schauen was schmeckt was schmeckt besser was wächst schneller und dann habe ich den direkten vergleich und dann ja die fragen kommen ja immer wieder so ich habe schon mal die lösung vorbereitet ich habe jetzt ein mischungsverhältnis genommen vegetative phase bei mir auf der homepage ich blende es mal ein seht ihr unter tomaten vegetative phase 40 prozent grow 30 prozent bloom und 30 prozent micro genau und dann habe ich ja ec wert ph wert der optimalste ph wert sollte so 5,8 sein da werden es sind ja insgesamt so um die 14 nährstoffe in den wie heißt das mineralischen dünger und die werden in dem bereich 5,8 am besten aufgenommen ja und wir messen einfach mal die den ph wert mit dem ja ph pen heißt das und dann nehme ich mal hier dazu noch meine zweite kamera genau also der ideale ph wert liegt zwischen 5,5 bis 6,5 und 5,8 wäre jetzt so mein lieblings wert aber hier werde ich jetzt erstmal ja nichts dran machen es geht abwärts und gegebenenfalls muss man halt immer mal wieder schauen wenn er über 6,5 geht muss man auf jeden fall was tun weil sonst die pflanze bestimmte nährstoffe nicht mal im vollen umfang aufnehmen kann jetzt messen wir gleich noch mal den dünge wert wie viel drinnen ist wir haben jetzt hier einen wert von 1400 1500 der ist etwas zu hoch ich glaube wir haben bei mir auf der homepage steht 1200 es ist nicht zu hoch muss man gleich dazu sagen der ist schon in ordnung soweit es ist keine gefahr da ich will aber lieber ein bisschen weniger e c wert haben weil ja die pflanzen jetzt noch in der wachstumsphase sind und blätter bilden müssen und wenn ja wenn genug dünger da ist dann muss die pflanze auch keine wurzeln mehr bilden und sucht auch nicht verdünnen tue ich die ganze sache einfach mit wasser jetzt hat er mich verloren hallo da ist er wieder ich kenn dich sollte solltest du den dünger anmischen und es ist zu wenig habe ich noch einmal im verhältnis für diese sache 40 30 30 mir eine kleine flasche mit wasser gemacht in einer hohen konzentration und dann gebe ich einfach mal einen spruz dazu und kann sozusagen dann auch wieder den düngewert nach oben bringen und durch die verdünnung haben wir jetzt weniger muss natürlich noch mal richtig ja quasi durchmischen aber ich fülle hier noch ein bisschen auf nicht mehr viel weil ich wollte auf 1200 gehen die pflanze wird mit der zeit nährstoffe verbrauchen die nimmt sich weg was sie möchte und dann musst du halt wieder einen spruz rein machen wasser wechsel muss jetzt dann nicht unbedingt sein es sei denn du hast algenbefall oder irgendwelche probleme dann musst du natürlich das sauber machen desinfizieren und ja wieder neu auffüllen desinfizieren wäre auch noch mal so ein thema mit wasserstoffperoxid 3% wenn ihr dazu einen beitrag mal haben wollt schreibt es mal in die kommentare ist eigentlich gegen wurzelfollnis desinfektion von bakterien pilzen zur anregung mehr sauerstoffinhalt und so weiter und so fort ist ganz interessantes thema wenn ihr da interesse habt für wasserstoffperoxid dann kommentare und daumen nach oben genau also noch mal kurz messen und dann sollte das soweit in ordnung sein auf den wert wollte ich kommen und somit können wir jetzt die tomaten reinbringen das ist hier ein relativ alter turm den habe ich seit letztem jahr ist noch eine andere bauart da ist die pumpe noch draußen da ist die pumpe noch draußen montiert kann man natürlich auch und ja so ach ist noch eine ganz andere bauart die ist nicht ganz so stabil ich merke es gerade hier ist noch ein rohr dazwischen geklemmt ok ja cool entwickle mich immer weiter und jetzt geben gebe ich hier mal die position ja hier habe ich mal einen schwarzen untersetzer gewählt weil hier dieser deckel auch schwarz ist ich denke sieht ganz cool aus und dann geht es los das funktioniert wunderbar und ja dann fangen wir einfach mal an die tomaten reinzustecken die anzucht hatte ich traditionell in erde gemacht und dann später hier in so ein behältnis reingesteckt ja aufgrund platzmangel weil in erde sieht es dann halt so aus da brauchst du halt viel mehr platz und ja paar sachen würde ich jetzt hier erstmal nochmal ein bisschen abschneiden hier gelben blätter das kann auf jeden fall erstmal ab und sieht dann ganz einfach so aus nummer drei müssen wir mal schauen was das ist das riecht schon gut nach tomate genau und dann soll das nämlich einfach hier so rein ja das ist natürlich jetzt nicht so gut ja das liegt dann hier so nach unten ist auch ein alter turm da ist nicht so schön gemacht wie jetzt die ja die neuen varianten hier werde ich folgendermaßen arbeiten müssen mit solche solche gummis die dann sozusagen die pflanze ja zum festen halt bringen wie bei den kohlrabi die muss ich dann überall noch rein stopfen ja beim kohlrabi hatte ich ja im letzten beitrag gezeigt oder gesagt ich habe hier läuse ich glaube das hat sich gegeben die sind abgestorben ich habe hier eine mischung eine mischung gemacht mit habe ich hier nähen öl und ja seifenlauge also biologisch ohne duftstoffe und ja sieht schon mal erst einmal so ganz gut aus wie mache ich denn das jetzt haha ja wieder mal unvorbereitet ja ich habe einfach gesagt ich mache jetzt mal ein video so die nummer drei ja das gefällt mir sehr sehr gut ja da fällt auch nichts mehr raus ich verlinke euch mal die teile die gibt es auch wo es die gitternetztöpfe gibt wer jetzt hier mit die ringe arbeitet da passen die wirklich super rein ja und dann stecken wir die erst einmal hier unten rein die werden sich natürlich von zeit zu zeit aufrichten beziehungsweise werde ich da ein bisschen nachhelfen ich schaue mal wie ich es mache aber ich blende mal vom letzten jahr die meine tomaten ein ja das ist soweit in ordnung machen wir das so so biya ich mache mal eine kurze pause ich bestücke das und dann kommen wir am ende nochmal wieder ja liebe gartenfreunde die sachen sind zurzeit ausverkauft im crow shop und ich habe mir gedacht ich druck mir die einfach aus flexiblen filament funktioniert wunderbar ich zeige es euch mal genau die sachen sind gerade im shop ausverkauft in dem crow shop und da habe ich zu meinem sohn gesagt hier hast du die vorlage bastel mal ja das ist hier auch so ne und tatsächlich hat er ein wunderbares teil hier zusammen gebastelt das ist ein bisschen dünner das ist der zweite und der ist noch mal ein bisschen dicker ja also super und ich denke da tritt dann auch hier kein wasser aus vielleicht wäre ich das in meinem shop mit anbieten muss man schauen da so ein trocken neun stück dauert schon mal über vier stunden achso und wir waren ja bei den tomaten liebe gartenfreunde ja berichte ich ja gerade drüber der beitrag war schon ein bisschen älter ich wusste jetzt nicht ob ich ihn bringen soll oder nicht weil so gut ist er mir jetzt nicht geworden und ja aber ich denke es hilft einen vielleicht weiter und hier sieht man natürlich dass sich die tomaten wunderbar schon ja vom nicht vermehrt aber er vergrößert haben und hier habe ich jetzt auch gekaufte schaumgummi und dann hier die die harten aber ich denke die selber druck sind viel viel schöner und ja gibt eine gute stabilität ab und ja ich denke das wird und dann habe ich das jetzt genau hier drunter gestellt habe hier oben schon haken angebracht und dann werde ich dann tomaten haken einfach runter hängen lassen und an den tomaten befestigen es wird dann langsam zeit aber aktuell tun die sich noch gegenseitig bisschen ja halt geben aber wenn dann die früchte kommen muss ich natürlich dann schauen dass ich die ganze sache fest bekommen ja ist wirklich schön mit der stabilisierung hier ja man sieht schon dass das andere pflanzen sind die sind sehr dünn das ist yahodo das sind für mich die best schmeckendsten kleinen party tomaten die es gibt also es werden richtige trauben und ja die habe ich natürlich dann auch noch einmal so nach oben drehen die habe ich natürlich dann auch noch einmal richtig in erde hier unten drunter und jetzt sieht es gerade so aus die sonne ist wieder da die sind zum abhärten hier ich hatte jetzt hier einen großen baum der die sonne verhindert hat aber jetzt wird wieder zugedeckt ein paar tage werden die jetzt hier ein bisschen teilweise im schatten immer verbringen und dann kriegen sie auch keinen sonnenbrand so ok gut schön dann gucken wir es uns noch einmal aus der nähe an wenn ihr irgendwelche themen wissen wollt was euch so interessiert dann schreibt es mal in die kommentare dann mache ich mal ein video drüber und ja das richtet sich jetzt dann auch nach oben und wenn natürlich dann früchte rankommen die sehen jetzt sehr sehr dünn aus hier ja schauen wir mal zu zeitig angebaut zu zeitig angepflanzt ja aber allerdings wenn jetzt hier geiztriebe kommen also geiztriebe heißt ja hier zwischen bilden sich dann triebe die nennt sich geiztriebe die kann man rausbrechen die herausgebrochenen triebe kann man in wasser reinstecken und auch in so einer steinwolle hier reinstecken dann bilden sich wurzeln und dann könnt ihr die geiztriebe auch einfach in den Turm reinbringen wäre interessant wer jetzt mit erdbeeren anfängt hydroponisch und die erdbeeren bringen ab Juli dann August keine ja Erdbeeren mehr weil ihr halt so eine Sorte habt die nur im Juli die im Juni kommt dann könnt ihr dann einfach euch vorher solche geiztriebe abbrechen von den Tomaten und dann den Turm mit Tomaten weiterführen so habe ich es letztes Jahr gemacht das könnte ich eigentlich nochmal einblenden dann sind wir am Ende angekommen vom Video und ja Daumen nach oben Glocke aktivieren für mehr Content und schreibt rein was ihr für Content haben wollt Dankeschön und Tschüssi hier oben habe ich gerade eine Anzuchtstation mit Salate ist ja nicht so dass ich keine habe aber irgendwann esse ich die vielleicht mal auf obwohl es Pflücksalate sind das heißt ich nehme dann immer nur so paar Blätter ab und es wächst nach aber ja habe halt ein paar Salate nochmal gemacht weil es zu wenig ist sind hier dann noch mehr ein bisschen schattig und ja zu Abend kann man sie raussetzen und ja und das sind verlorene Tomaten die ja weiß ich noch nicht was ich mit denen mache aber wie gesagt die wachsen einfach in Wasser so sieht das aus ne also den Pflanzen ist es vollkommen Wurst worin sie gedeihen aktuell habe ich ja keine Nährstoffe drinnen noch mit Wasser aufgefüllt die Blätter unten zeigen es schon ein bisschen gelb aber naja kann man ja abschneiden und ja weil wir gerade hier sind geht es los mit Erdbeeren das waren Erdbeer Pflanzen die kamen ohne Erde die waren über Winter waren die Pflanzen eingeschlagen in Sand mit blanken Wurzeln müssen wir mal schauen die sind jetzt nicht so schön wie in meinem Garten klar die bringen hier Früchte aber das Blattwerk ist mir persönlich naja noch ein bisschen zu mager aber vielleicht bin ich auch noch ein bisschen ungeduldig und da muss ich einfach mal ein bisschen abwarten wie das sich so entwickelt ok liebe Gartenfreude weiter gehts im Video ok 100% Keimrate hier war nichts übrig ja und dann mache ich einfach mal weiter so ich nehme das immer am Schluss der Wurzel hier der Wurzel und dann reingesteckt jetzt kann ich das hier einfach reinsetzen Anfangs wird es jetzt ein bisschen überlaufen weil das ja erst einmal ja benäst werden muss ja und somit ist die Anzuchtstation ja in Arbeit